Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ich mein tägliches, veganes Frühstück mache. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Veganer, aber wie gesagt, ich achte auch darauf, so wenig Fleisch wie möglich und wichtig ist, dass man ein gesundes Frühstück hat, dass man wirklich Power hat in den Tag hinein und deswegen mache ich mir täglich mein Frühstück mit dem Smart Mehl von Synergy 100% vegan. Wie gesagt, dieses Smart Mehl beinhaltet alle Nährstoffe, was der Körper braucht. Es ist sozusagen ein Mahlzeitsersatz. Wenn ich entsprechende Portionen am Tag nehme, kann ich eine Mahlzeit wegnehmen. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, was weiß ich, 10 Kilo abnehmen, dann kann ich auch nur zweimal am Tag so eine Mahlzeit machen und dafür sonstiges Mahlzeit, meinen Schweinskornmittag, weglassen. Und deswegen mache ich das mit dem Smart Mehl. Anfangen tun wir mit einem Kokos-Trink, der ist zuckerfrei. Wie ich euch in einem anderen Video schon erklärt habe, wie wichtig es ist, so wenig Zucker wie möglich zu sich zu nehmen, weil Zucker auch den Krebs fördert. Und deswegen nehme ich diesen Kokos-Trink, der ist auch 100% vegan und davon nehme ich etwa 200 Milliliter. Kannst du auch ein Viertel Liter nehmen. So, den gebe ich so rein. Dann ein ganz tolles Produkt ist das Mystify. Ist ein Beeren-Saft-Komplex, mit der Acai-Beere. Die Acai-Beere hat einen wahnsinnig hohen Arag-Wert und ist für unser Immunsystem enorm wichtig und macht das Ganze auch vom Geschmack her wirklich super. Und dann nehme ich in etwa, 30 Milliliter von dem. Und ich lasse nichts da kommen, deswegen gebe ich da noch einen Schuss Wasser rein und spüle es noch aus. Und dann kommt auch eine ganz wichtige Sache, das ist das Pro-Arge 9 von Synergy. Das beinhaltet das beste Arginin. Das Arginin erzeugt in unserem Körper Stückoxyde und die Stückoxyde machen unsere Adern wieder flexibel. Das ist für Herz-Kreislauf ganz wichtig und ganz super. Deswegen das Pro-Arge kann ich nur jedem empfehlen. Dann kann man auch so jeden Tag ein, zwei Portionen nehmen. Da schneiden wir das ab und geben wir das da rein. So. Und jetzt kommt das Wichtigste. Das ist das Smart-Mehl. Das habe ich euch zuerst schon gezeigt. Beinhalte all die Nährstoffe, was der Körper braucht. Das ist enorm wichtig. Und wie gesagt, das ist ein ganz tolles Produkt. Da nehmen wir jetzt zwei Messbecher. Einmal. Zweimal. So. Nehmen wir das. Dann nehmen wir noch Banane. Banane ganz wichtig. Kalium. Das habe ich heute auch jetzt gelesen. Ist auch Kalium ganz wichtig für Herz-Kreislauf und dass man nicht so schnell einen Herzinfarkt kriegt. Aber wie gesagt, Banane macht natürlich auch einen guten Geschmack. So. Dann gehen wir noch eine Kiwi rein. Ich habe die Kiwi schon gewaschen. Am besten eine Bio-Kiwi. Ich habe praktisch hinten und vorne die Nabel schon weggeschnitten. Und jetzt machen wir das auch klein. Kiwi hat viel Vitamin C und ist auch ein wichtiger Nahrstoff. So. Dann gehen wir das da rein. Dann geht es jetzt auf zur Höhlenmaschine. So. Und fertig ist mein Frühstück. Wie gesagt, das Ganze schmeckt super. Ich liebe das. Ich mache das eigentlich schon seit Jahren. Täglich das Frühstück. Könnte man es gar nicht mehr anders vorstellen. Liste dann meine Zeitung nebenbei und beginne praktisch somit den Tag positiv und mit voller Energie. Und die Energie wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Zeit. Bleibt gesund. Bis bald. Euer Heinz. Servus. Ciao. Ist einfach super. Wenn du das einmal ausprobiert hast, wirst du das nicht mehr anders. Ciao.